Liebe Kemptnerinnen und Kemptner, In diesen Tagen der besonderen Notlage stehen auch viele Unternehmen und Selbstständige vor existenziellen Herausforderungen. Unter anderem sind auch der Einzelhandel und die Gastronomie von den Auswirkungen der Corona-Krise sehr hart betroffen. Viele Betriebe haben bis auf Weiteres ihre Türen geschlossen. Schon seit Jahren spüren ja viele Händler hier in Kempten den Wettbewerbsdruck durch den Online-Handel. Daher haben sie auch kaum finanziellen Spielraum, um dieser Krise entschieden, entgegentreten zu können. Es liegt nun auch an uns allen, diese Unternehmen zu unterstützen. Zahlreiche Kemptner Händler und Gastronomiebetriebe bieten besondere Lieferdienste, Online-Angebote oder auch Gutscheinverkäufe an. Nutzen Sie diese Möglichkeiten und kaufen Sie bei Ihrem Händler hier vor Ort ein. In diesen Zeiten sind wir doch alle gefragt, uns solidarisch zu verhalten. Denn wie eine Innenstadt ohne Leben, ohne geschäftliches Treiben aussieht, das müssen wir leider dieser Tage immer wieder feststellen. Auch von Seiten der Stadt Kempten greifen wir übrigens Gewerbetreibenden unter die Arme. Unter anderem können bis zum Jahresende Gewerbesteuern zinsfrei gestundet werden. Ich bin mir ganz sicher, dass wir diese Krise gemeinsam bewältigen können, wenn wir auch weiterhin füreinander da sind. Ich bitte Sie, unterstützen Sie unsere Innenstadt und unsere Kemptner Betriebe mit Ihrem Beitrag Kaufen Sie lokal. Dafür danke ich Ihnen von Herzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.